Erklär mal, was wir machen. Grüezi meine Damen und Herren. Willkommen beim RäuberTV Plus mit Kevin Dick und Rick Danzer. Wir zeigen Ihnen heute, wie wir ganz einfach in eine UBS-Filiale einbringen können mit einer Easy-Fit-Karte. Oder einer Cumulus-Karte. Genau. Fangen wir an mit Cumulus. Bitte die Karte einführen. Karte falsch eingeführt. Jetzt eine mit Magnetstreifen. Magnetstreifen! Magnet! Umgekehrt. Umgekehrt? Umgekehrt. Also wir sehen, es ist keine UBS-Karte. Nein, Easy-Fit. Andersherum. So, ja, jetzt wird es gehen. Und wir sehen, man reicht auch in die UBS-Filiale.